Musik Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, ich bin mit Marble Cake unterwegs. Ich stehe hier vor Jallerheim. Das sieht aus wie ein Kaffee, würde ich jetzt mal annehmen. Durch die Tasse hier oben auf dem Schild. Und ja, mir ist dann doch nochmal aufgefallen, dass ich ja schon einen Hafen in Fort Pinta angenommen habe. Ich aber noch keine zweite Anlaufstelle habe. Also das heißt, ich kann nirgends hinfahren. In Jallerheim gibt es allerdings einen Hafen und da bin ich jetzt mal auf dem Weg. Damit kann ich mir beim nächsten Mal doch einiges an Weg ersparen. Wenn ich den jetzt mal annehme, dann kann ich das nächste Mal bestimmt mit der Fähre fahren. So. Ja, das sind wir ja zum Glück. Und du hast eine Fährestation entdeckt. Okay, könnte ich diese denn jetzt benutzen? Hier glitzert es. Okay, also hier wird nichts. Nicht in Betrieb. Auf hoher See. Nicht in Betrieb. Also es gibt anscheinend drei Fähren. Die Linie 2 habe ich anscheinend entdeckt, denn da wird mir wenigstens was angezeigt. Sieht man das auf der Karte? Da bin ich. Ja, irgendwo unterwegs anscheinend. Na gut, jetzt möchte ich sowieso nicht wegfahren. Jetzt werden erst mal Quests gemacht. Stein hat ja noch Quests und dann gibt es noch im Jallerheim Quests. Da sollten Herrn Jack auch noch weiterhelfen. Das kommt dann aber später. Daher müsste ich jetzt erst mal kurz warten, bis wir im Jorik-Stall fertig sind. Ja, aktuell läuft die zweite Woche des Tag des offenen Stalls. Joa, ich bin mal gespannt, was nächste Woche für ein Update kommt. Ich habe da schon was gehört. Ja, gehört. Möglicherweise könnte etwas kommen, worüber sich sehr viele Leute freuen würden. Für mich hat das jetzt allerdings noch keinen Einfluss, da ich noch nicht nach Epona komme. Und dieses Update dann in Epona zu finden wäre. Aber früher oder später werde ich da ja auch nochmal ankommen. So, Stein hatte noch eine Aufgabe. Schauen wir mal. So. Hilf der Stall, Hilfe. Hallo Lucy. Willst du mir mit dem Tier helfen? Welchem Tier? Jetzt heißt es nur, sprich... Sprich mit Johanna. Na gut, vielleicht erklärt Johanna dann uns mal, wie wir denn helfen können und was für ein Tier. Du hilfst Stein also mit dem Tier? Okay, das ist gut. Sprich also mit Stein, Lucy. Jetzt werde ich hier hin und her geschickt. Äh, was soll das? Ja, und jetzt... Okay. Das war kurz. Da komme ich noch gar nicht zu. Na gut, ähm, hier hinten soll noch was sein, da Johanna ja hier vorne beim blauen Punkt müsste. Ja. Direkt hier hinter der Mauer steht noch jemand. Barbara. Mal sehen, was sie für uns hat. Hey, du bist neu hier, oder? Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Barbara und ich leite den Wettbewerb des Jorvik-Stalls. Wir sind sehr stolz darauf, obwohl... Wie soll ich sagen, äh... Eine Brücke ist kaputt, die Felder sind bebaut und die Strecke geht mitten durch die Koppel. Du verstehst. Es gab bessere Tage für die Strecke. Aber sie macht immer noch Spaß. Du willst es versuchen? Cool. Kümmere dich gar nicht um das Feld, das durch die Strecke geht. Und Philip Sunfield, dem das Feld gehört, hat gesagt, es geht in Ordnung. Ja. Okay, also wir müssen durch ein Feld. Das würde natürlich im echten Leben niemand erlauben, dass da Leute mit Pferden über ein Feld laufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine kaputte Brücke erwartet uns. Ein bebautes Feld. Also vor allem, wenn das Feld bebaut ist. Hier sind ja eigentlich nur Felder, auf denen was wächst. Mal sehen. So. Bis jetzt ist es ja noch alles okay. Nicht ein einziger Sprung drin gewesen. Und jetzt kommt eine Brücke. Kaputt. Ja. Ich glaube hier, ja, sollte man springen. Und hier auch. Ich habe gerade noch geschafft. Hier geht es rum. Oha, oha. Gut, dass das Pony doch recht langsam ist. Sonst werde ich wahrscheinlich in den Watt geknallt. Hier rüber aufs Feld. Oh. Gott, ich habe es geschafft. Ich hätte jetzt gedacht, das endet so wie beim letzten Wettbewerb, den ich gezeigt habe. Der ja irgendwie eine ganze Folge eingenommen hat. Aber bis jetzt. Ja, und da sind wir über das Feld gelaufen. Und hier wird es auch schon wieder eng. Oha, da müssen wir rum. Aber ja, vorne. Oha. Okay. Gut, dass hier so viele Pfeiler stehen. Da darf man nicht lang. Hier muss man rüber springen. Mitten durch die Pferdewein. Das ist natürlich auch. Macht niemand. Sollte niemand machen. Mit einem Pferd über eine Weide. Rasen. Wo andere Pferde stehen. Wenn die dann mit durchgehen. Kann das ziemlich blöd enden. So. Jetzt könnten wir langsam. Ja, wir kommen wieder zurück zu Barbara. Rennen beendet. Das lief ja gut. Nicht einmal hingeblieben. Ich bin begeistert. Gut geritten. Sehr schnell. Naja, schnell. Aber... Immerhin. Ich muss mal gucken. Ruf. Ich brauche ja noch Ruf. Beim Jorvik-Stall 50 Punkte machen. Ich weiß nicht, kriege ich das. Ich würde gerne bei Stein jetzt weitermachen. Aber... Zumindest ich wahrscheinlich. Ich glaube, Ruf gibt es auch über die Stallarbeiten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich weiß aber nicht, wie viel Jobangebot misse bei den Pferden aus. Herrmann. Ja, doch. Wenn ich die drei mache, dann habe ich die... Ja, gibt den Pferden Wasser. Das sind so die Dailies, die man täglich machen darf in den verschiedenen Stellen. Dazu gehört immer füttern, tränken, die Pferde und ausmisten. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht in Fort Pinter und im Morlandstall. Hier kommt Futter rein in die Kleinen. So, Wasser. Nochmal Futter. Hier ist das Nette, man muss gar nicht in die nächste Box. Man kann von hier aus das Futter reinpacken. Ja, es erspart etwas Zeit, weil man die Wege hier rum, da komme ich nicht so schnell. Ich weiß nicht, mit der Steuerung komme ich da noch nicht so ganz klar. Also gut, Johanna wird uns das abnehmen, dass wir die Sachen erledigt haben. So, das ging ja relativ schnell, damit sich der Ruf verbessert. So, jetzt können wir aber Stein weitermachen. Huch, aber nicht umreiten, wäre sehr praktisch. Hermann im Urlaub. Lucy. Jack versteckt, da er an einem neuen Projekt arbeiten will. Fuchsig, oder? Er öffnet nur, wenn man das geheime Klopfzeichen kennt. Es geht so. Klopfe dreimal so. Genau. Verstehst du? Klopfe so, wie ich es dir gezeigt habe. Und Hermann wird dir die Tür öffnen. So, weil ich jetzt... Aha. Gut, es wird uns nochmal gezeigt. Das ist sehr schön. Hier glitzert es auch. Aber gut, hier stehen ja auch nicht so viele Häuser. Wo könnte er sein? Im Stall wird er wahrscheinlich nicht sein. Hier oben hätte er drin sein können. Das ist eher auch so ein Stalltor. Klogrund. Dann ist Hermanns Haus und das Nette hier vorne, das Kleine. Oh, da steht er da schon. Ja. Jetzt brauche ich ja gar nicht klopfen, was? Klopf 1. Aber wieso muss ich den klopfen? Der steht doch schon hier. Jetzt hört man eine Tür. Na gut. Stein, was ist das? Hm. Wer bist du? Woher kennst du das geheime Klopfzeichen? Ja. Stein hat dir also erzählt, wo ich bin? Das war wohl unumgänglich. Was willst du denn? Hm, Jack? Jacks Job als Bürgermeister übernehmen? Ich will auf keinen Fall Bürgermeister werden. Die drei großen Familien aus dieser Gegend sollten sich darum kümmern. Ich kümmere mich um vier wichtigere Dinge. Es ist nichts, wie es scheint. Die GED heckt etwas aus. Warte. Wir können hier nicht sprechen. Man weiß nie, wer zuhört. Komm mit und ich erzähle dir alles. Ähm, ja. Also angezeigt wird er noch hier. Ich denke mal. Ja, ich muss vom Pferd absteigen. Im Haus jetzt. Die GED mal wieder. Das war ja klar. Wo hat die nicht ihre Finger mit im Spiel. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Ich glaube schon. Es ist so, als würdest du eine besondere Kraft in dir tragen. Eine Kraft, die ich wiedererkenne. Ich werde dir vertrauen. Ich brauche nämlich Hilfe. Ein Mysterium zu lösen. Wo ist Bürgermeisterin Evelyn? Ja, das fragen sich anscheinend hier alle. Zur Zeit passieren viele kriminelle Sachen in der Erntefeldprovinz, Lucy. Die GED arbeitet an einem geheimen Projekt. Du hast vielleicht schon gesehen, dass sie hier überall Proben nehmen. Das muss etwas mit dem Verschwinden der Bürgermeisterin Evelyn zu tun haben. Alles hängt zusammen. Aber leider habe ich keine Beweise. Deswegen brauche ich deine Hilfe. Also, Lucy. Irgendwie hat es die GED geschafft, eine Erlaubnis bekommen, in Jallerheim nach Mineralien zu suchen. Wie sie die Erlaubnis bekommen haben, weiß ich nicht. Doch es kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Sie stecken garantiert hinter dem Verschwinden vom Bürgermeisterin Evelyn. Aber ich weiß nicht genau wie. Die Chefin der GED hier in Jallerheim ist eine gewisse Frau, Drake, die mir immer aus dem Weg geht. Dich kennt sie jedoch nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wenn du ihr Vertrauen gewinnst, kannst du sicher mehr herausfinden. Willst du dabei helfen, herauszufinden, was die GED in der Erntefeldprovinz treibt? Was wollen sie nur und stecken sie hinter Evelyn's verschwinden? Machst du es mit? Gut. Sprich mit Frau Drake und versuche, einen Job bei ihr zu bekommen. Viel Glück. Hm. Ungern, muss man ja sagen. Mit der GED möchte ich eigentlich... Ach, komm. Mit der GED möchte ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Na gut. Auf nach Jallerheim. Naja, vielleicht will sie uns ja auch gar nicht. Vielleicht sind wir eher zu... Ja, ich weiß nicht. Zu nett? GED-Mitarbeiter dürfen ja eigentlich nicht nett sein. Nicht nach dem, was wir bis jetzt mitbekommen haben. Das hört sich eher so an, als wenn das so eine Gruppe gewissenloser... Grupelloser Menschen ist. So, hier oben sollen sie sein. Hier waren ja auch schon die... Das GED-Zeichen. Aber... Ach, da war es ja. Ach, die Dame ist das. War ich doch schon mal. Hier, eine Anstellung. Du? Hahaha. Ja, das hört sich schon so an, als wenn sie uns nicht möchte. Hey, warte. Lass mich nur die Tränen aus meinen Augen trocknen. Du willst wirklich für die GED arbeiten? Wir stellen doch keine Bühne ein. Bei uns musst du knallhart sein, um einen Job zu bekommen. Was? Du bist hart und schonungslos? Kannst du dir vorstellen, deine Freunde anzulügen, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen? Rentner reinzulegen, um eine höhere im Bonus zu kriegen? Ein Naturreservat zu holen, um ein gratis Mittagessen zu bekommen? Wirklich? Hm. Ich habe all das gemacht, als ich so alt war wie du. Jetzt. Vielleicht bist du genau, wonach ich suche. Okay, du musst den standardisierten GED-Einstellungstest machen. Wenn du ihn bestehst, bekommst du eine Probestellung. Können wir beginnen? Ach nee. Antwort auf die Frage. Aber es gibt ein T-Shirt. GED, top. Und einen Rock. Rock reiten plus 1, Befehl plus 3. Und das T-Shirt reiten plus 1, Befehl plus 3. Na gut. Ich versuch's mal. Einer deiner Mitarbeiter kommt 5 Minuten zu spät zur Arbeit. Er sagt, dass er nur zu spät ist, weil er seine kranke Oma zum Arzt bringen musste. Was tust du? Hm. Ihn sofort feuern. Ihn sofort feuern und verklagen. Ihn sofort feuern und zusammen mit seiner Oma verklagen. Was will sie hören? Also da es die GED ist und will sie bestimmt das Gemeinste hören. Wobei sie hoffentlich nicht mit durchkommen würde. ihn sofort feiern und mit seiner Oma verklagen. Du bekommst einen Bonus, wenn du den Gewinn deiner Abteilung steigern kannst. Was tust du? Du würdest eine motivierende Rede halten, um gemeinsam das Ziel zu erreichen. Das ist nicht... Hört sich nicht nach GED an. Du feuerst die Angestellten, um den Gewinn aufgrund weniger Gehälter zu steigern. Das eher. Du arbeitest besonders fleißig und hilfst den anderen Mitarbeitern. Das ist schon wieder... Hört sich nicht nach GED an. Also, ja. Nehmen wir mal das Feuer. Eine alte Farm scheint direkt über eine Ansammlung von Mineralien zu stehen. Wie kommst du an die Mineralien? Du bietest dem Besitzer einen fairen Preis für die Farm an. Das ist schon wieder... Hört sich gar nicht nach GED an. Du überzeugst dem Besitzer, dass der Abbau von Mineralien Drops erschafft. Hört sich irgendwie auch nicht nach GED an. Und du vergiftest die Farm, sodass sie unter Quarantäne gestellt wird. Und du sie dann billig kaufen kannst. Na, das ist doch... Hört sich sehr nach GED an. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün wie Geld, Rot wie die Liebe, Blau wie das Meer und der Himmel. Ja, der GED geht es immer nur ums Geld. Nehmen wir das mal. Mal sehen, ob wir bestanden haben. Oh, du bist zu einem perfekten Ergebnis gekommen. Ich habe noch nie so jemanden skrupellosen wie dich getroffen, Lucy. Dass das wirklich stimmt. Dass das wirklich stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Das war wirklich super. Ich werde dir alles beibringen. Aber solltest du mich enttäuschen, werde ich dich bis ans Ende der Welt jagen. Vergiss das nie. Niemand führt Frau Drake hinters Licht. Zieh dir diese Kleider an. Du musst professionell aussehen, wenn du für die GED arbeitest. Du wirst für deine Probearbeit natürlich nicht bezahlt. Aber das war ja klar. Aber ja, das ist typisch GED, würde ich sagen. Na super. Gehen wir mal ein Stück zurück. Damit sich hier nicht gleich wieder jemand ins Bild stellt. Denn die Klamotten möchte ich mir jetzt wenigstens nochmal kurz ansehen. So, was haben wir denn? Das GED-Top ist weiß. Ja, die Werte haben wir schon gesehen. Zieh es mal an. Und den Rock dazu. Das sieht... Also es passt zumindest zusammen. Aber Rock, wie gesagt, auf dem Pferd trage ich ihn nicht gerne. Ja. Ist aber ganz nett. Mal so zum Rumlaufen. Na gut. Dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Und wir werden morgen sehen, was Frau Drake für Aufgaben für uns hat. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.